Show Heroes erklärt in drei Fragen. Hallo, mein Name ist Roland Divos, ich bin Country Manager der Show Heroes Österreich-Schweiz und ich freue mich ganz besonders beim diesjährigen IAB Web-Ad die Kategorie Beste Internationale Kampagne zu sponsern. Universum oder Metaversum? Da ist auch ganz klar eher das Universum, weil das Metaverse ist mir ein bisschen zu klein, da stoßt man recht bald an die Grenzen. Fußball oder Opernball? Für mich persönlich eigentlich keines von beiden, aber eher meinem Sohn zuliebe noch das Thema Fußball, weil ihn das natürlich sehr stark interessiert. Leberkässemmel oder Bowl? Ganz klar Leberkässemmel, what else? Warum einreichen? Wir von Show Heroes sind in über 26 Märkten aktiv vertreten, haben mehr als 450 MitarbeiterInnen und diese kommen aus über 50 unterschiedlichen Nationen. Insofern ist es für uns naheliegend gewesen, die Kategorie Beste Internationale Kampagne auszuwählen und zu sponsern. Jetzt einreichen! Das war's für uns naheliegend, die Kategorie Beste Internationale Kampagne auszuwählen, die Kategorie Beste Internationale Kampagne auszuwählen, die Kategorie Beste Internationale Kampagne auszuwählen. Das war's für uns naheliegend, die Kategorie Beste Internationale Kampagne auszuwählen, die Kategorie Beste Internationale Kampagne auszuwählen, die Kategorie Beste Internationale Kampagne auszuwählen.